Hallo meine Lieben, ich bin hier in Kärnten und genieße die wunderschönen Berge in Kärnten. Wir sind startklar, wir bereiten uns vor auf die große Demo in Klagenfurt, die beginnt um 12 Uhr. Ich werde auf einem Hebetraktor spielen, sowas habe ich noch nie gemacht, aber es wird sehr, sehr aufregend. Ja, und wir lassen uns hier wirklich inspirieren von der frischen Kärntner Luft. Ich werde euch auch in einem Livestream-Link dann unten, wenn ich ihn finde, in den Kommentaren hineintun. Ihr könnt es dann live mitverfolgen und ich freue mich schon riesig drauf. Unter anderem wird es das Lied Gib Gummi, unsere Freiheit, Freedom und wir streiken und andere Lieder geben, die ich ungefähr vielleicht eine Stunde mit weiteren Liedern für euch präsentieren werde. Ich freue mich schon und jetzt schauen wir uns die schönen Gebüge in Kärnten an. Cheers and love.